Herzlich Willkommen zu der nächsten Ausgabe kommt von ABSZ mit Otto und Ante. Heute machen wir euch ein schönes weihnachtliches Dessert und zwar eine Spekulatius Panacotta mit Gewürzkirsche und dazu brauchen wir folgende Produkte. Wir haben hier ein bisschen Blatt Gelatine, die werden wir auflösen, einen halben Liter Sahne, ein paar Spekulatius, Gewürz Spekulatius in dem Fall, ein bisschen Zucker, ein bisschen Vanillemark, dann haben wir für die Kirschen etwas Speisestärke, Vanillezucker, Lebkuchengewürz, gemahlenen Zimt und hier haben wir einen Sternanis, Gewürznelke und ein bisschen Tonkabohne und mit der Reibe werden wir das Ganze abreiben. Viel Spaß, Onkel Otto, ran hier! Jawohl! Ja, jetzt geht's los. Wir machen das ganze Dessert übrigens wieder mal als, oder nicht als, sondern auf Wunsch von Jenny aus Frankenberg. Die hat uns darum gebeten, noch vor Weihnachten ein weihnachtliches Dessert zu machen, damit auch sie sich zu Hause wahrscheinlich und ihre Familie lecker bekochen kann. So, und ich hab jetzt schon mal die Gelatine eingeweicht, das machen wir im kalten Wasser und dann werden wir die Gelatine gleich ausdrücken und in die kochende Sahne gehen. Für die Panna Cotta ist es auch wichtig, für mich zumindest wichtig, dass wir uns ein Teil Sahne abnehmen und den aufschlagen und nachher geschlagen unter die erkaltete Sahne dann wieder drunter geben. Normalerweise wird Panna Cotta nur aufgekocht. Panna Cotta heißt gekochte Sahne. Wir machen es aber ein bisschen fluffiger, damit das nicht ganz so fest ist, schlagen die Sahne ein bisschen auf. So, dann nehmen wir uns ein Teil ab, ungefähr ein Drittel. So, das andere Drittel, äh, die anderen zwei Drittel, geben wir hier in den Topf und die kochen wir einmal auf mit dem Zucker und dem Vanillemark. Da kann man natürlich auch eine Vanilleschote nehmen. Wir haben jetzt das Vanillemark quasi aus dem Betrieb genommen, was wir schon fertig als Pulver haben. Wir haben hier keine Schoten, aber das Vanillemark ist genauso gut. So, wenn wir das Ganze einmal aufkochen. In der Zwischenzeit können wir schon mal die Sahne schlagen. Mit Abstand, mit Abstand die beste Sahne. Sahne habe ich gerade geschlagen, jetzt hat die Sahne gekocht. Fängt jetzt an zu kochen, jetzt nehmen wir uns die Gelatine, drücken die aus und dann können wir die direkt in die heiße Flüssigkeit geben, so löst sich die auch schön auf und dann werden wir das Ganze in eine Schüssel umfüllen und werden das erkalten lassen im Kühlschrank. Und wenn das erkaltet ist und etwas angezogen ist, dann rühren wir das Ganze wieder glatt, ziehen unsere Sahne drunter oder heben sie drunter und dann geben wir es eine Form und lassen es fest werden. Dann können wir die nachher nämlich schneiden und setzen uns die schön auf die Kirschen drauf. So, das war's schon, schön aufgelöst. Ab in die Schüssel und dann ab in den Kühlschrank. Dann legen wir uns hier ein bisschen Folie rein in die Form. Zu Hause kann man die Panna Cotta auch natürlich in ein Glas füllen oder in eine Tasse und kann sich das dann daraus stürzen. Wir machen das da drin, machen wir eine gleichmäßige Fläche und können es dementsprechend nachher auch schön zurechtschneiden. So, dann drücken wir das ein bisschen an. Die Panna Cotta habe ich jetzt kalt gestellt im Kühlschrank, die Sahne ist geschlagen. Jetzt können wir uns um die Gewürzkirsche kümmern. Da nehmen wir einfach ein ganz normales Glas Schattenmorellen. Dann nehmen wir uns den Fond ab. In ein Töpfchen rein. So. Und jetzt geben wir etwas gemahlenen Zimt dazu. Dann nehmen wir das Lebkuchengewürz. Wir geben das auch direkt dazu. Ein bisschen Sternanis. Ich habe hier zwei, drei Nelten. Und dann nehmen wir uns noch ein bisschen Tonkabohne. Muss man jetzt nicht zu Hause haben, darf man aber zu Hause haben. Also, das ist auf jeden Fall sehr lecker dazu. Und dann füllen wir das so ein bisschen rein. Nicht zu viel. Tonkabohne ist sehr dominant. Dann geben wir uns direkt ein bisschen Vanillezucker dazu. Etwas Zucker. Und das Ganze kochen wir jetzt einmal auf. Und wenn wir das aufgekocht haben, dann nehmen wir uns die Maisstärke und binden uns das auf unsere gewünschte Konsistenz ab. Lassen uns einmal durchkochen, damit der stärkere Geschmack rausgekocht ist. Und dann geben wir die Kirschen dazu. Und dann sind wir schon fertig. Dann brauchen wir nur noch die Panna Cotta fertig haben. Schneiden die. Setzen die schön mit da drauf auf die Kirschen. Und essen unser leckeres Bessert. Und jetzt werden wir den Kirschfond abbinden. Jetzt gehen wir natürlich direkt in die kochende Flüssigkeit. Da rein. Noch ein Beidchen. Das Ganze lassen wir noch ein ganz klein bisschen köcheln, damit die Aromen sich vernünftig entfalten können. Und dann geben wir gleich die Kirschen dazu. Der Christian hat mich gerade so ein bisschen genervt. Er sagte, wir müssen noch den Spekulat zu sacken. Dann machen wir das. Dann können wir ja so ein bisschen fein runterschneiden. Das geben wir natürlich gleich unter unsere Panna Cotta drunter. So, jetzt habe ich die Panna Cotta oder die gekochte Sahne aus dem Kühlschrank genommen. Man sieht, sie war lange genug im Kühlschrank. Sie ist fest geworden. Das rühren wir jetzt wieder glatt. Das ist auch ein gutes Indiz, dass es fest geworden ist, dass die Dittatine nicht kaputt ist. So wissen wir auf jeden Fall, dass die ganze Creme erhalten wird. Wenn natürlich die Rezeptur stimmt. Aber da werden wir jetzt gleich keine Schwierigkeiten haben. Das wird passen. So, guck mal, siehst du schon, wie dick das ist. So, jetzt geben wir die geschlagene Sahne dazu. So, die heben wir jetzt so ein bisschen vorsichtig unter. So, und jetzt geben wir die Spekulatius drunter. Erst zum Schluss. So, jetzt gehen wir vorsichtig rein. Oh, wie lecker das noch sieht. So, und dann geben wir das in eine Form und lassen das jetzt zwei Stunden im Kühlschrank erkalten. So sollte das durchgezogen sein. Vielleicht auch drei Stunden. Je nachdem, wie zu Hause da Betrieb im Kühlschrank ist. Und dann ist es schnittfest. Dann kann man das hundertprozentig anrichten. So, da haben wir jetzt den Fond etwas reduzieren lassen. Wir haben den ja gerade abgebunden. Da werden wir jetzt mal die Sternanis raussuchen. Und die Nelken, die brauchen wir nachher nicht mit auf den Teller machen. Wenn wir sie denn kriegen, dann drei Nelken. Vielleicht finden wir sie gleich noch. So, dann können wir das Ganze gleich einmal anrichten. Kannst du riechen, wie das schmeckt? Wunderbar. Wunderbare Gewürzkühl, Kirsch. Jetzt sind die zwei Stunden rum. Jetzt habe ich die Panna Cotta aus dem Kühlschrank genommen. Wie man sieht, die ist schön angezogen. Jetzt werden wir das Ganze einmal stürzen. Ziehen wir das vorsichtig raus. Wenn es dann kommt, dann kommt. So, jetzt ist es gekommen. So. Ein bisschen schräg halten. Ganz vorsichtig ziehen, damit nichts kaputt reißt. Schauen wir uns das eben einmal so ein bisschen gerade. So, und dann nehmen wir uns, was machen wir dann? Wir schneiden es dann. Wir schneiden es so. Und wir schneiden es nochmal so. Wir haben zwei Teller, die wir anrichten wollen. So. Guckt mal. Schön. So, dann nehmen wir uns die Kirschen. Schon mal hier hingestellt. Dann rechten wir uns hier so ein paar. Der Christian hat auch gesagt, man kann sich die auch gerne mal warm machen. Mir allerdings schmeckt es besser, wenn die die Würzkirschen kalt sind, oder nicht ganz kalt sind, aber etwas weniger Temperatur haben. Dann löst sich die Panna Cotta auch nicht auf. Oder man isst halt schnell. Eins von beiden. So, machen wir ein bisschen platt. Dann können wir da gleich die Panna Cotta schön draufsetzen. So. Hundertprozentig. Guckt mal, wie fein. Und wer noch möchte, der nimmt sich noch so ein Spekulatius und zerdrückt das in der Hand und streut das noch hier so ein bisschen drüber. Das Auge ist mit. Das Auge ist mit. So, wir sind fertig. Wenn ihr möchtet, dann teilt, liked, was das Zeug gilt auf den bekannten Portalen wie Instagram, YouTube und Facebook. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schöne Grüße an Jenny und viel Spaß beim Nachkochen. Jetzt sagen wir mal, wer bitte, wer bitteschön hat Tonka-Bohne zu Hause. Da hast du keine Ahnung von. Nächste Ausgabe von Kochen bis A bis freundlich. Schöne wir dich. So, Otto. Salz, Zucker und ein bisschen Speisestärke. Aus dem Salz machen wir Vanillezucker und dann passt es. Nochmal. Du musst mich besser instruieren. Mach mal auf. Was? Machen wir die Nachricht da aufgeregt? Ach, die Nachricht. Hilfe. Hilfe. Also, wir haben ein bisschen zu viel am Gewürztopf geschnüffelt. Ja, ich habe eine in der Kirsche. Ja. Oh. Wo sind wir? Wichtige Sache. Was denn? Kochen. Ne? So, crunchen mit da rein. Crunch. Der Grinch oder der Crunch. Du bist so ein Idiot. Was? 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 Wenn die alle nur über dich lachen, gehen sie auch mal über mich lachen. Gellst du das? Wie wirklich auch andere? Solltest du dir mal Gedanken machen? Spiel dich mal hier nicht auf wie der große Chef, ja? Jetzt benennen wir das ganze Ding um in Anto und Otto. In die Nase. Ich habe mir die Nase nicht rasiert. Die kann ich dir gerade ausfleppen. Ich kann dir auch gerade was ausfleppen. Ich kann dir auch gerade was ausfleppen.